Um das passende Ersatzteil für Ihr Schyko-Fenster zu bestellen, ist es wichtig, das gesuchte Ersatzteil zu identifizieren. Folgende Punkte können dabei helfen und als Anhaltspunkt zur Identifikation dienen. Tipp 1. Um welches Öffnungselement handelt es sich? Um ein Fenster oder eine Balkontür oder ein Schiebeelement? Tipp 2. Aus welchem Werkstoff ist das Öffnungselement? Aluminium oder Kunststoff? Tipp 3. Sind Signaturen, Schyko-Schriftzug oder die Krone auf dem Produkt zu finden? Tipp 4. Die Artikelnummer kann ebenfalls ein Anhaltspunkt sein. Sie finden sie häufig direkt auf dem Produkt. Tipp 5. Kennen Sie das Profilsystem, die Serie oder das Baujahr der Errichtung des Öffnungselements? Informationen hierzu finden Sie auf Ihrer Kaufrechnung. Tipp 6. Wo befindet sich das gesuchte Beschlagsteil? Im Blendrahmen, fester Teil im Mauerwerk oder im Flügelrahmen, beweglicher Teil? Tipp 7. Befindet sich das gesuchte Teil auf der Griffseite oder der Bandseite des Fensters? Tipp 8. Befindet sich der Fenstergriff links, handelt es sich um ein DIN-Rechtsfenster. Befindet sich der Griff rechts, handelt es sich um ein DIN-Lechtsfenster. Passende Ersatzteile und Zubehör für Ihre Schyko-Fenster und Türen erhalten Sie online im Schyko Ersatzteilshop. www.schyko.de slash Ersatzteile